Hallo, junge Dame, mit der blonden Frisur. Hallo, junge Dame. Darf ich Ihnen einen Lolli aus meinem Feinkostladen anbieten? Ich bin der Besitzer dieses Feinkostladens. Ich habe den besten Lolli. Ey, mit Ihrem Feinkostladen? Wie der Typ mich angeguckt hat, Mann. Wollen Sie hier in den Feinkostladen rein? Wollen Sie hier in den Feinkostladen rein? Ich bin nämlich der Türsteher. Sie passen nicht ins Bild. Sie passen nicht ins Bild, wie ich meinte. Na, Rotkäppchen? Was steht ihr hier so um mich rum? Was wollt ihr von mir? Was steht ihr hier so um mich rum? Was wollt ihr von mir? Wollt ihr mich jetzt angreifen? Wollt ihr mich jetzt angreifen? Umhänge-Tasche aus, wenn ihr mit mir redet. Junge Mann am Schaufenster. Sie interessieren sich für Süßigkeiten. Ich habe ein paar süße Mädels noch im Hinterstübchen. Ich habe nämlich noch ein paar süße Mädels im Hinterstübchen. 20 Euro die Stunde. 20 Euro die Stunde. Schönen guten Tag, ich bin vom Ordnungsamt. Haben Sie eine Genehmigung? Haben Sie eine Genehmigung? Nein, der spricht kein Deutsch. Do you have money for me? Do you have money for me? Nein. Nein. Gib mir Geld oder ich nehme deine Kamera weg. Gib mir Geld oder ich nehme deine Kamera weg. Ich mache Kickboxing. Ich mache Kickboxing. Willst du kurz Shoutout geben für meine Snapchat-Jungs hier? JBG3 habe ich gehört, oder was? Wenn du 10 Liegestütze machst. 10? Mach das richtig. Digga. Schau raus und die Ball raus. Zieh dir den Rucksack aus, wenn du mit dir redest. Sehr gut. 10 Stück. Super. Jetzt kriegst du deinen Shoutout. Aber nur, wenn du jetzt noch Schlifze gemacht hast. Den guten Mann hat er schon aus. Und zwar an wie du Schürme hinter mir. Komm, ich mache dir deinen Shoutout. So meine lieben Freunde. Schaut mal, wenn ich hier aufgegabelt habe. Komm, dann gib mir die Shoutout. Ich weiß gar nicht. Was ich für den auch nicht genommen habe. Ey, bester Mann. Ich wünsch dir was und schöne Grüße. Du willst ein Bild mit mir machen? Ja, mach ich. Hör mal. Du kannst mich mal kreuzweise. Du kannst mich mal kreuzweise. Spaß. Spaß. Was ist denn los mit dir? Komm mal her, Junge. Was ist denn los mit dir? Komm mal her, Junge. Komm mal zum Bänger. Komm mal zum Bänger. So Leute. Also so solidarisch wie ich bin, würde ich niemals meinen Freund Kollege allein ins Fettläppchen treten lassen. Habe es auch gemacht. Sehr gut. Wie ist das?